moin 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 leute wie geht es euch hoffe es geht euch gut es ist lang nichts mehr von mir gekommen aber jetzt wird es mal wieder zeit habe ich mir gedacht dass mal ein paar neue videos hier entstehen weil hier keine zeit ja und da erziehung auf krampf arbeit training essen das und das aber ist keine ausrede deswegen werde ich mich mal bemühen mal die nächsten tage die nächste zeit ich kann es nicht versprechen aber es werden auf jeden fall noch videos rauskommen und ja ihr habt bestimmt hier am anfang gesehen hier die kurze seilerutsche da das war tag danach war man in den kletterpark war echt sehr schön aber konnte ich keine videos aufnehmen weil hier höhe baum und was weiß ich ja equipment nicht mitgenommen und ja sel und jenes aber es war nur ein kleiner ausschnitt hat auf jeden fall spaß gemacht und das video richtet sich eigentlich hauptsächlich um dieses fight night in darmstadt wo ich war das war auch sehr sehr schön da und vor allen dingen wenn man mal so tage hat wo man so unmotiviert ist ja und man an so auf so eine sportveranstaltung geht sei es jetzt fight night oder irgendwas ja motiviert es noch mehr ja da kann man sich locker eine geile motivation dazu holen ja und dann hat man wieder spaß und elan ins training zu gehen ja und ich wollte euch noch mal kurz zeigen jetzt was ich mir noch zum essen mitnehmen weil gleich geht es wieder auf die arbeit einen moment so das ist jetzt das essen was ich mir heute zubereiten werde gut die zubereitung werde ich jetzt hier nicht zeigen weil in den meisten videos wo ich jetzt hier drauf habe sieht man das eigentlich die zubereitung ist nichts anders als wie gehabt nur dass ich jetzt zwei kleine special zutaten dazu gemacht habe um das mal zu probieren wie das so schmeckt dass wir als einmal hier ein kleines päckchen smarties dazu und hier special move gast kaktus kaktien feigen oder wie sich das hier nennt kommt doch hier dazu soll auch sehr sehr gesund sein vitaminreich und ja das war es zu dem gericht ja das wird ja mein letztes gericht für heute abend sein auf der arbeit wo ich jetzt mitnehme und davor habe ich noch ja hatte ich noch vollkorn toast gegessen mit lachskäse und gurken ja das lag irgendwie im moment kein appetit und ja viel spaß wenn ihr das nachmachen wollt schaut doch in den videos und guten appetit haut rein ja 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 ... ... Turn that four! Turn it down, Lord! Turn it down, Lord! Turn it down, Lord! Das war's für heute. Oh Ja, ja, ja. und der Druckmann, repräsentant Serja, Svans Polanya! So, hi und wieder willkommen zurück. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und die paar kleinen Ausschnitte aus dem Abend, aus Darmstadt, aus der Eissporthalle, Fight Night Time, ich hoffe, das hat euch sehr gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr das Video positiv bewerten könntet. Einen Daumen nach oben, ansonsten könnt ihr meinen Kanal abonnieren, da ich ja noch ein paar Videos raushau und das ihr auf dem Laufenden bleibt und nichts mehr verpassen könnt wollt. Auf jeden Fall, ja, das Wetter war scheiße, jetzt wird es langsam herbstlich hier in Germany, aber das lässt uns nicht erkälten. Ja, man bleibt immer stets motiviert, ansonsten greift man mehr zu Vitaminen und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei den folgenden Videos, wo dann kommen und habt euch wohl, bleibt gesund, bleibt fit und achtet auf die Ernährung und vor allen Dingen einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao! R---- R leukmen R---- — R pneiger Rタ R---- R---- R93 R beggar Untertitelung des ZDF, 2020